Lasst uns über nichts sprechen. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wird es ein bisschen schwierig für mich, weil ich ganz, 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 ganz viele Gedanken habe und die auch natürlich sehr transparent mit euch teilen möchte. Und ich hoffe, ihr habt darauf Lust. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich habe hier ein paar Produkte schon seit Wochen liegen, die ich nicht benutzt habe. Und ich möchte den Produkten heute die Chance geben, sie zu benutzen und zu schauen, wie sie in meinem Gesicht performen und zu schauen, wie das Ganze so funktioniert. Ich hoffe, ihr habt Lust darauf und ich würde mich freuen, wenn ihr bis zum Ende dranbleibt, weil ich euch während des Videos immer so ein paar Einblicke in die Vergangenheit erzähle. Ich starte mit dem ersten Produkt gleich, mit dem Plump Right Back Primer mit Elektrolyten. Das ist ein sehr, sehr guter Primer, wenn ihr trockene Haut habt. Es gibt auch noch den Marshmallow Primer, der ist aber sehr, sehr stark parfümiert. Und der ist so ein bisschen Feuchtigkeit spendend und sorgt dafür, dass die Haut ein bisschen glatter wird. Das ist ganz spannend. Ihr habt es mitbekommen, ich möchte als erstes den Elefanten im Raum adressieren. Mein NYX Kalender Video ist nicht nur hier auf YouTube, sondern auch auf TikTok ein bisschen durch die Decke gegangen. Es hat innerhalb von wenigen Stunden mehrere Millionen Aufrufe gehabt. Und diese Flut an Drama, die da auf mich zukam, die habe ich so ehrlich gesagt nicht kommen sehen. Und ich saß da, es war am Wochenende. Ich saß da und ich habe richtig gezittert. Also, ich weiß, dass mir ein paar tausend Leute zuschauen jeden Tag. Völlig in Ordnung. Aber ich habe, glaube ich, so ein bisschen die Kraft von Social Media unterschätzt und nicht gewusst, was da passieren kann. Und, also, ich mache jetzt Social Media schon lange und es ist noch nie vorgekommen, dass ein Video, was ich hochgeladen habe, so viral gegangen ist und so viel Kontroversität gezeigt hat. Und ich war damit ehrlich gesagt so ein bisschen überfordert, weil ich damit einfach nicht gerechnet habe. Und ihr wisst, Nix und ich hatten oder haben seit, oder anders, Nix hat er die letzten Jahre, warum auch immer, wir kamen nie zusammen. Und als das Video dann rausgekommen ist, saß ich da und dachte, okay, das war es jetzt. Weil ich nicht wusste oder nicht einschätzen konnte, was passiert. Ich werde jeden Tag immer noch bei Instagram gefragt, hey, was gibt es Neues, hat Nix sich geäußert. Und deswegen dachte ich, packe ich einfach mal dieses Video mit euch hier gemeinsam oder für euch dieses Video raus, weil ich darüber einmal transparent mit euch sprechen möchte. Ihr habt es ja alle mitbekommen und ich möchte auf keinen Fall diesen Adventskalender in Schutz nehmen. Ganz, ganz klar. Der Adventskalender war einfach nicht gut. Und Flaconi, wo ich den Kalender gekauft habe, die haben sich bei mir gemeldet und gesagt, wir haben diesen Kalender aus dem Sortiment genommen. Und es hat sich auch jemand von Nix bei mir gemeldet. Allerdings, und das fand ich so ein bisschen schade, weil ich jetzt das, oder weil das Problem dann oft ist, es war bei Instagram. Ich habe die Nachricht gelesen, ich konnte nicht sofort antworten und in zwei, drei Stunden sind wieder 500 neue Nachrichtenanfragen drin. Und dann ist diese Nachricht weg und ich kannte den Namen nicht und die Nachricht war einfach weg. Ich erinnere mich aber ein bisschen an den Inhalt. Und das probiert hat, so ein bisschen zu erklären, dass der Kalender nicht für Deutschland unbedingt vorgesehen war, es ihn hier aber zu kaufen gab. Und es deswegen zu den verschiedenen Webseiten, also diesen amerikanischen, englischen, britischen Online-Webseiten gekommen ist. Und es einen anderen Adventskalender wohl noch gibt oder gab, der etwas besser war. Ich habe aber auch mitbekommen, dass einige von Nix Nachrichten bekommen haben, so ja, wir wollten euch viel Abwechslung geben und das ist uns auch gut gelungen. Ich glaube, da muss man so ein bisschen differenzieren, wie man das deutet. Und ich glaube, Nix Deutschland zumindest hat es verstanden, dass der Kalender für die Zielgruppe hier nicht in Ordnung war. Und deswegen, ich will auch gar nicht mehr so viel über diesen Kalender reden, weil es war einfach doof. Vielleicht haben sie es verstanden. Nichtsdestotrotz ist Nix aber eine sehr, sehr gute Marke. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir Nix einmal kurz ein bisschen aufbröseln. Wer ist Nix überhaupt? Nix gehört anders. Die Make-up-Industrie, ich mache mal Foundation dabei und benutze dafür die Bare With Me Concealer. Die Beauty-Industrie ist aufgebaut in verschiedenen Übermarken. Das ist Coty beispielsweise, das ist die Estee Lauder Company, das ist Louis Vuitton, Louis Hennessy und es gibt L'Oreal. Und Nix gehört im Unterhaus zu L'Oreal. Und Nix per se ist ja eine sehr, sehr gute Marke. Die Produkte sind toll und deswegen ist das für mich dieses Video auch einfach, um nochmal zu zeigen, dass nur weil der Adventskalender jetzt schlecht war, ist nicht die ganze Marke für mich gecancelt. Weil das, so bin ich nicht und ich bin auch absolut nicht nachtragend. Und das hoffe ich, dass das auch mit diesem Video für euch war. Am Ende ist nur mir wichtig, was ihr von mir denkt. Und ich möchte nicht, dass ihr von mir denkt, dass ich so ein abgehobenes Stück bin, was von seinem hohen Ross nicht runterkommt, weil mal ein Adventskalender doof war. Deswegen, die Produkte sind gut und sie werden auch immer gut bleiben. Was vorher alles passiert ist mit mir und Nix, ich kann es euch ehrlich gesagt, ich habe eine Vermutung, aber es gab auch nie eine Aussprache darüber. Und das ist das, was mich persönlich trifft, aber mehr halt auch nicht. Es ist okay, ich kann mir die Sachen selber kaufen. Ich brauche keine PR und nach dem Video würde ich sogar verstehen. Deswegen, um euch einfach auch nochmal zu zeigen, dass ich darüber hinwegsehen kann. Und ein Produkt, ich meine, ich hatte die Zeit gleich mit dem Kalender gekauft. Das war halt dann einfach doof und ich konnte dann auch nicht drei Tage später ein Video hochladen. Ihr seht es, ich benutze die Produkte sehr, sehr gerne. Vor allen Dingen den Bare With Me Concealer als Foundation. Der ist so genial. Ich tupfe mir den hier einfach ein. Ich habe mir noch ein bisschen Liquid Blush reingemischt. Einfach, weil ich finde, dass das dann sehr, sehr natürlich aussieht. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von meinen Gedanken haltet. Ich komme mir so ein bisschen doof vor, da mit euch drüber zu reden, weil ich halt, das ist ein ganz, 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 ganz dünnes, eine ganz, ganz dünne Schnur, auf der ich gerade bin. Auf der einen Seite möchte ich euch Content geben und mein Content ist niemals persönlich bezüglich Brand. So, es gibt immer mal ein Produkt, was mir nicht gefällt. Das ist völlig in Ordnung und das ist auch völlig normal und es wäre komisch, wenn das nicht so wäre. Aber gerade nach so einem Video und nach so einer Welle, die da geschlagen ist, ist es mir persönlich wichtig, zu zeigen, okay, es gibt einen Fehler und man kann das verzeihen. Ich meine, ganz ehrlich, wir reden über Make-up. Wir reden jetzt hier nicht über schlimme Dinge. Es ist Make-up. So, und dafür, und das hat es mir halt gezeigt, das hat mich bestätigt in der Art und Weise meiner Arbeit, Meine Aufgabe ist es, euch Produkte zu zeigen, damit ihr euch eine eigene Meinung bilden könnt. Natürlich ist eure Meinung beeinflusst von mir, daher kommt ja auch der Begriff Influencer, beeinflussen, aber ich möchte euch halt nicht, oder ich möchte niemals die Person sein, die so eine Welle lostritt und dann tausenden von Leuten einredet, wie schlecht alles ist, weil das wäre unfair gegenüber der Marke und das wäre unfair gegenüber euch, weil ich möchte, dass ihr mir vertrauen könnt und ich glaube, das war ein Vertrauensbeweis, dass ich mich hier hingesetzt habe vor Millionen Leute in dem Fall leider und gesagt habe, das ist Quatsch und das ist nicht korrekt, aber jetzt auch sagen können, okay, basta, ihr habt den Kalender nicht gekauft, wir können weitermachen, auch mit der Marke. Und das, was mich so ein bisschen daran ärgert ist, dass ich seit drei Jahren, seit vier Jahren mittlerweile schon, immer wieder um diese Marke herumtanzen muss, weil ich eigentlich die Produkte total gerne mag, aber ich weiß, dass sie mich nicht mögen. Und das ist so, das ist nicht, das fühlt sich für mich zumindest nicht richtig an. Deswegen, es hat sich jemand bei mir gemeldet, ich finde diese Nachricht nicht mehr, es gab einen zweiten Kalender, er war nicht unbedingt für Deutschland direkt vorgesehen, deswegen, er wurde auch niemals bei Instagram Deutschland gezeigt, das ist ganz, ganz wichtig, das habe ich auch nochmal recherchiert. Und alles andere, was online geschrieben war und was weiß ich, er ist viel zu früh online gewesen, man hätte das bearbeiten können. Die Einsicht ist, denke ich, mittlerweile da, die mir zumindest übergetragen wurde und deswegen ist für mich jetzt an dieser Stelle Stopp und Schluss und ein Neustrich. Und ich will jetzt auch nicht mehr über den Kalender reden, sondern über die Produkte. Meine Base ist richtig, richtig schön. Ich liebe die Kombination aus diesem Bare With Me Concealer, weil das so ein bisschen um diese Serumrichtung geht. Er ist jetzt ein bisschen dunkler, aber nicht so schlecht. Ich mache mal ganz kurz ein bisschen weiter und zwar habe ich hier etwas Neues gekriegt. Das ist ein Wonder Stick, ein Dual Ended Face Shaping Stick in der Farbe Medium Tan. Das kommt in so einem doppelseitigen Stick und wir haben auf der einen Seite einen Contour Stick und einen Highlighting Stick. Das war ja mal... Ach, doch, das ist wirklich ein Highlighter. Hier, schaut mal, das ist... Ich swatche ihn euch mal kurz. Wirklich mit Schimmereffekt. Das war... Das erinnert mich so ein bisschen an KKW Beauty. Ich setze mir den jetzt mal hier hin und den blenden wir jetzt einfach mal so ein bisschen aus. Ich bin tatsache ein sehr großer Freund von Contouring... Contouring Sticks, weil sie sehr einfach zu transportieren sind, sehr einfach zu benutzen sind und ihr seht, wow, wie pigmentiert er ist. Ich war jetzt gerade so ein bisschen noch gedanklich bei den Fenty Beauty Match Sticks, die ich auch sehr, sehr gerne benutze gerade, weil die sehr... Die sind sehr leicht, du kannst sie gut ausblenden. Der ist sehr, sehr pigmentiert, also du brauchst definitiv nicht viel. Und das ist auch nicht unbedingt nur so ein Contouring Stick, sondern es geht auch schon so ein bisschen in die Bronzer-Stick-Richtung. Ich will den Highlighter jetzt mal gerade noch nicht benutzen, weil ich glaube, dass es dann eventuell zu viel sein könnte. Er lässt sich aber sehr, sehr gut ausblenden, ne? Und das muss man auch sagen, NYX ist eine der, wenn nicht sogar die einzigste Marke in der Drogerie, die, ich glaube, so gut wie alle Shades stationär haben. Also von hell bis dunkel ist alles mit dabei. Der Platz in diesen Theken ist extrem limitiert und extrem beliebt. Am Ende des Tages sollen nur Produkte in dieser Theke sein, die sich gut verkaufen, die gerne benutzt werden. Und der größte Umsatz entsteht mit diesen klassischen Beige-Beige-Beige-Farben und weitaus heller und weitaus dunkler ist begrenzter und der Platz wird eher für etwas anderes benutzt. NYX macht da nicht mit, sondern sie packen wirklich die ganze Shade-Range, der, ich glaube, Can't Stop Worn Stop Foundation hin, nehmen dafür aber Produkte woanders raus, die es dann nur online gibt. Und das ist eine sehr, sehr gute Sache. Es gibt auch so einen Blush-Stick, auch den swatche ich euch einmal. Der hat zwei Seiten. Einmal so ein bisschen was Mourvigeres und ein sehr, sehr schönes Hot Pink. Ich nehme jetzt erstmal diesen Mourvigen Ton und packe mir den hier rauf. Er ist nicht parfümiert. Oh nein, aber ich bin so doof. Ich habe ihn einfach reingesteckt und... Okay, klein bist. Äh, ja. Den blende ich mir so ein bisschen aus. Und schauen wir mal, wie der funktioniert. Also das ist eine gute Sache bei NYX. Äh, she's pigmented. Mmh, I love it. Also der Bronzer-Stick ist mir persönlich ein bisschen zu warm gerade gewesen, aber ich hätte ihn auch als Bronzer-Stick benutzen sollen, nicht als Kontur-Stick. Deswegen ganz, ganz wichtig. Äh, schön, frisch. Schreibt mir gerne mal eure liebsten NYX-Produkte. Vielleicht gehe ich da nochmal in die Drogerie und schaume mich da ein bisschen um. Ich mache mal ein bisschen Concealer rauf, fixiere das Ganze, und dann habe ich eine wirklich krasse Lidschatten-Palette. Alright, die Base ist richtig, richtig schön, schön frisch. Ich fixiere mir das Ganze einmal ganz kurz und möchte eine Lidschatten-Palette benutzen. Und da bin ich schon sehr, sehr lange recht scharf drauf. Das ist die Ultimate Queen Palette. Ich weiß nicht, ob die komplett neu ist. Auf jeden Fall ist das eine sehr, sehr neutrale Palette. Und ich glaube, wenn man... Also wir haben mittlerweile ja viele Lidschatten-Paletten zu Hause, glaube ich. Aber wenn du so eine Auswahl an Neutrals hast, egal ob warm, ob kühl, ob schwarz, hier geht sogar ein bisschen in den lila-flieder-Bordeaux-Bereich mit rein, ist das eine gute Sache. Und die NYX-Lidschatten waren schon immer gut. Das ist jetzt, glaube ich, eine neue Lidschatten-Palette, die man sich... Das ist vielleicht so ein Weihnachtsgeschenk. Die sind ja nicht ganz so günstig, die großen Paletten von NYX. Deswegen probieren wir sie einmal aus. Und wenn ihr euch die interessiert, könnt ihr sie euch zu Weihnachten wünschen. Wir haben in der Palette 40 Farben mit drin. Ich blende euch den Preis ja immer ein. Okay, es sind ja auch wirklich viele Farben. So könnt ihr es nochmal erkennen. Also ihr habt kühle, ihr habt warme, ihr habt in die lila Richtung gehende Töne und ihr habt sehr, sehr helle Töne, mit denen ihr natürlich auch so ein bisschen highlighten könnt. Was ich jetzt tatsächlich auch machen möchte. Ich nehme hier einen fluffigen Pinsel und gehe mal in den Ton hier mit der Krone rein. Den setze ich mir hier außen hin. Das mache ich tatsache ganz gerne mit Lidschatten, weil sie viel, viel pigmentierter sind und ich damit so einen kleinen Brightening-Effekt unter den Augen oder wo auch immer erzeugen kann, beispielsweise hier. Wir schminken damit jetzt einen Look. Und zwar so richtig, haben wir schon lange nicht mehr gemacht, so einen richtig klassischen Maxim Giacomo, langweiligen braun, 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 braun Gold Look. Okay? Weil das ist halt die Palette dafür. Wir könnten natürlich auch einen lilanen machen, aber das ist halt nur zwei Farben, die so in die Richtung gehen. Deswegen starte ich mit einem fluffigen Blendepinsel und gehe als erstes in die Farbe hier. Setze mir die in die Lidfalter. Farbe ist auf jeden Fall da. Ihr habt wirklich eine Vielzahl an spannenden Tönen. Vor allen Dingen, also die Reihe gefällt mir halt sehr gut hier. Diese Rot-Schimmer-Orange-Ecke. Kann man bestimmt auch gut als Blush benutzen. Die Farbe ist sehr, sehr schön. Ist ein schöner, etwas wärmerer Braunton. Und den verdunkeln wir uns jetzt mit einem dunkleren Ton und gehen dafür hier in den. Ja, so ein bisschen kommt der durch. Also man muss natürlich jetzt schauen, dass man auch wirklich einen Kontrast irgendwie hinkriegt. Den setze ich mir einfach nur erstmal hin und dann gehe ich wieder mit dem Pinsel von eben hier rein und blende den aus. Okay, ich nehme mir noch einen kleineren Pinsel und wir werden jetzt sukzessive immer dunkler. Deswegen gehe ich jetzt hier unten in den Ton rein und den setze ich mir noch präziser in die Lidfalter. Die Farben sind top, super cremig, kaum Kickback, lassen sich gut ausblenden. Lieben wir. Okay, ich nehme jetzt den kleinsten Pinsel aus dem Letitia und Maxim Set. Das ist die Nummer 5. Der ist sehr, sehr klein. Ihr könnt die Pinsel auch einzeln kaufen. Es gibt gerade leider keine Pinsel-Sets mehr. Aber ich weiß nicht, wann dieses Video online kommt. In wenigen Wochen gibt es ein Restock. Das dauert halt immer extrem lange, weil die halt handgemacht werden, ne Freunde? Also ich kann die nicht herzaubern. Blende wieder, einfach blenden, einfach blenden, einfach blenden, blenden, blenden. Ich will jetzt mal was testen. Ich weiß nicht, ob ich das hier in dem Look benutzen will. Das sind die Ultimate Shots, Glow Shots. Das sind so Liquid Eyeshadows. Oh ja, der ist sehr, 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 sehr hell. Den könnten wir uns vielleicht gleich als Highlight setzen. Deswegen nehme ich mir erst mal den Pinsel und gehe noch mal in diesen Ton hier rein und tupfe den hier rauf oben auf. Und jetzt nehme ich ein bisschen von diesem Liquid Eyeshadow auf den Pinsel und tupfe den oben drüber. So ins Zentrum. Und tappe noch mal, oh ja, krass. Also die gab es in sehr, sehr vielen Farben. Ich meine, ich habe die auch noch in anderen Farben gekauft. Ich habe sie jetzt aber nicht mehr gefunden. Das war auch schon ein paar Wochen her. Ja, nice. Und das könntet ihr dann noch fixieren mit einem noch helleren Schimmerton. Ich mache mir den unteren Wimpernkranz. Und muss sagen, das ist eine grandiose Lidschattenpalette. Ich habe irgendwo einen Lip Liner von Nix, den ich schon rauf und runter benutzt habe. Der ist schon so klein, dass ich ihn wahrscheinlich gar nicht mehr finden werde. Das ist der Lip Liner in der Farbe Nude Truffle. Das ist der perfekte Nude Ton, Freunde. Das ist mein perfekter Nude Ton. Und darüber gehe ich mit dem Butter Gloss in der Farbe Butterscotch. Und das, Freunde, ist der fertige Look mit Nix-Produkten. Wie gefällt er euch? Ich muss sagen, ich bin nicht überrascht. Also ich kenne die Produkte ja schon, außer die Lidschattenpalette und diese Sticks. Dieser Blaststick ist top bei dem anderen Stick. Es ist kein Contourstick, es ist ein Bronzerstick. Ansonsten wirklich, wirklich gut. Ich bin ein bisschen ängstlich, dieses Video hochzuladen. Aber ich glaube, man muss sich seinen Ängsten auch ab und zu mal ein bisschen stellen. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was ihr zu sagen habt. Schreibt mir gerne eure Meinung einmal in die Kommentare. Ich will nicht sagen, ein Friedensangebot, aber irgendwo ist es ein Friedensangebot, weil ich absolut nicht nachtragend sein möchte und einfach weitermachen möchte. Und die Produkte mich immer inspirieren, was Neues zu machen. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, ihr süßen Mäuse. Bis zum nächsten Mal.